So, jetzt habe ich mir eine Kleinigkeit gekauft, drei Tupfen Collagen und halbe Liter Kakao um 6,50 Euro, das geht, oder? Dies gilt auch für die Fußgänger und so weiter. Also, bei diesem... ist es schon äusserst merkwürdig, ja? Und zwar nicht Staub, ja, Festpartikeln, ja, sondern Flüssigkeiten, ja? Wachs-ähnliche Flüssigkeiten, ist kein sauberes Wasser, ja, sondern da sind in dem Wasser irgendwelche andere Flüssigkeiten, aber gut, hoffentlich nicht so tragisch, ne? Achtung, Achtung, schwimmendes Eis. Gestern habe ich zum Beispiel nicht aufgepasst, ja, das ist abgerutscht, ja, unter mir quasi, und schon bin ich, ja, am Boden gelegen.